Sommer, Sonne, Ahoi, sag ich da. Und da sag ich dir folgendes. Verdammt! Wann ist denn Boarding, Jurisica? Boarding ist ab 18... Und dann als Hauptgang polierte... Und dann gratinierte Entenbrust zusammen. Entenbrust! Ähm, zweiten Gang, gratinierte Händchenbrust mit frischem... Spreedinner, da gibt's dann also auch was zu tun. Scheiße! Nee, aber ich brauch da... Naja, gut, ich bin vielleicht immer in dein zuckendes Gesicht guckt. Ja, ich will dich, ja. Aber ich reiß mich jetzt zusammen, ich muss nur noch mal... Das wird der Ober-Ober-Knaller als Vorspeise... Du, als Vorspeise gibt's ein Spargelkremsel... Ich hab ja generell viel Hunger. Und deshalb hab ich gedacht, es muss auch was zu essen da sein auf dem Schiff. Das ist ja ganz klar, als Vorspeise haben wir einen 3-Gegang. Als Vorspeise gibt es einen Spargelkremsel... Hahaha! 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 Aaaah!